Und das ist egal, was in dir auftaucht. Alles, was längere Zeit da ist, wird dich langweilig. Die Sonne wird plötzlich höh, ist das eine scheiß Hitze. Das hast du zu nur einer, der in einem Schlechtwettergebiet lebt, der sehnt sich nach dem ewigen Süden. Wenn du mal hier zwei, drei Jahre im ewigen Süden bist, das sind alles Schwätzer, weil das geht ja so schnell auf den Keks, wie jeden Tag Filetsteck essen, wenn du Fleisch isst oder sonst irgendwie. Und dann hast du die Feindbilder, die Einzeitelkeit. Kommen wir jetzt gerade in den Sinn, Test, ich habe nicht gehört, Fernsehen, haben sie getestet. Jetzt ist ja der große Trend, vegetarisch essen, die Grillwürste. Und war jetzt ein großer Test, vegetarische Würste und so. Und ich mache jetzt nur zur Unterhaltung, dass es schon interessant ist, dass jetzt so hier die ganzen, die sich vegetarisch ernähren, wenn du in die Supermärkte gehst und vor allem in die Bio-Läden, dass die offensichtlich dann doch noch einen großen Wert darauf legen, dass ihr vegetarische Wurst so aussieht, wie wenn es Fleisch wäre. Dann hörst du dann, dann hörst du dann, also dann hörst du zuerst einmal als Argument, ich esse ja an und für sich gern Fleisch, das hat mir auch geschmeckt, aber ich will nicht mehr. Und jetzt kommen wieder die Argumenten, die nur deine Meinung, alles ausgedacht nachgeplappert, du klingst dich in ein Glaubenssystem ein, dass du dir übrigens nicht raussuchen konntest, sondern dass du beobachten sollst, worauf ich jetzt hinaus will. Und jetzt sind hier ganz Untersuchungen, mehrere Lebensmittelfachleute kommen, dass die zuerst einmal festgestellt haben, dass die ganzen Soja-Würste und das Zeug, es mag vegetarisch sein, aber eins, rein nach absolutem Stand mit Versuche, es ist wesentlich schädlicher und praktisch hier giftiger, das Wort will ich nicht benutzen, dass also rein für den Körper, wenn du Tee, Soja-Würste und Zeug isst, dass Soja in Massengenossen hundertmal ungesünder ist, wie wenn du Fleisch isst, da kommt nichts an Fleisch hin, das haben aber durch die Bank alle, wo hier gesprochen wurden, jetzt in dem Bericht, ob du das jetzt ethisch oder nicht ethisch siehst, weil Soja an und für sich muss so und so bearbeitet werden und was dann mit drin ist, also das rein, eins, vegetarisch nach heutigem Stand der Lebensmittelerkenntnis, gerade speziell diese Fleischersatzstoffe, dass die in Massengenossen, man kann das schon mal essen und man sollte es nicht immer essen, weil das wirklich nicht gesund ist. Das natürlich jetzt schlingt die Moral, das kostet, das hat ja alles seinen Preis. Und irgendwann wirst du merken, das Gesetz da ausgeklicken hat. Ich sage dir immer wieder, du kannst nur Freude erleben in Verbindung mit Leid. Du kannst Glück nur erleben in Verbindung mit Schmerz. Und wenn du nicht bereit bist, Schmerz in Kauf zu nehmen, wirst du auch kein Glück. Du wirst die Freude am Essen nicht haben, wenn es keinen Ruhe gibt. Es wird zu einer Qual. Es ist natürlich aus der höheren Ebene, wenn du das eine nicht mal positiv und das andere als negativ siehst, qualitativ betrachtet, sondern nur quantitativ. Eine reine quantitative Sichtweise ist Minus, ist Mangel und Plus ist Überfluss. Und beides ist ein Druck bloß in der umgekehrten Richtung. Das ist immer wieder so eine Stelle, dass ich sage, wenn wir uns jetzt zur Kiste denken und wir machen in die Kiste, das ist ja das klassische, ich mache mal jetzt verfeiner die Geschichte der Entropie, wir machen ein Brett, zwei Kammern in die Kiste und wir bauen einen Lautsprecher ein. Dann ist immer wieder, wenn der Lautsprecher schwingt, das ist zuerst einmal, man baut eine Longitudinalwelle auf, was ja eigentlich, wenn ich jetzt auf einem Oszilloskop diese Sinuswelle sehe, ich sage, das ist die Schwingung vom Lautsprecher auf, ab, auf, 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 ab, ist ja Blödsinn, der schwingt ja nicht, der hüpft ja nicht wie eine Hase durch die Gegend, er schwingt um einen Nullpunkt. Das heißt also, die Schwingung, die ich jetzt schon in Zeit verteile, ist angeblich etwas, was der Lautsprecher an Schallwellen, jetzt sind wir in unsere Lügen verbreiten, die Longitudinale, dass der sich ausbreitet in Raum und Zeit. Jetzt ist natürlich immer wieder eine Frage, wie groß ist der Raum, den ich mir ausdenke in meinem Kopf? Wie groß ist das Volumen der Erdkugel im Vergleich zum Volumen eines Suncons in meinem Kopf? Weil die Erdkugel ist jetzt ein Gedanke in mir und der Suncon ist auch ein Gedanke in mir. Das ist das, was jetzt ist und das, was in mir drin ist, stelle ich jetzt als Vorstellung, als Idee vor mich hin. Aber die Vorstellung, die ich jetzt mir ausdenke, ist ja eigentlich nur ein Handgespinst. Wie groß ist die Erdkugel in mir drin? Das war ja mein Beispiel hier, das ist gleich eine Information. Eine Form in mir, die keine Form ist, sondern genauso ist, wie ich es mir ausdenke. Dasselbe gilt mit Zeit, tausend Jahre, eine Sekunde. Wie lange dauern tausend Jahre? Ja, tausend Jahre. Genauso lange, wie du an tausend Jahre denkst. Weil tausend Jahre, die du nicht denkst, die sind nicht mehr. Und die Sekunde, die du nicht denkst, ist auch nicht Sekunde. Wie ist Zeit definiert? Lichtgeschwindigkeit, eine Sekunde pro Sekunde. Das war ja wohl, wie kann ich, wenn ich sowas lerne und nachblabber, machen wir keine Gedanken. In jedem Physikbuch, jeder Physiker lernt es eine Sekunde pro Sekunde. So eine nicht, eine dimensionslose Geschwindigkeit, von wo nach wo bewegt sich was mit was für einer Geschwindigkeit in einem dimensionslosen Raum. Das ist dein Kopf. Das steht in Physikböchern, es stimmt ja. Aber wie kann ich das dann noch nach wie vor, das Volumen, unser Thema Volumen, das Wort Volumen hat überhaupt nichts mit Raum zu tun. Ja. Das ist eine Entheiligung des Wortes. Es heißt Rollen. Evolution, ein Herausrollen. Wir sind bei unseren Gedanken, wenn das passiert hier und jetzt. Und der Witz ist, dass was auftaucht, auch abtaucht. Und nicht, dass das dann das. Und jede Polarität, alle reden vom Gesetz der Polarität. Und die Tierchen in deinem Traum beweisen mir, dass sie das Geschwätz, das sie in deinem Traum von sich geben, dass sie es nicht verstanden haben, weil die Figuren in deinem Traum sowieso nichts verstehen. Wenn die in Haufen auftreten, heißt das, dass du es nicht verstanden hast, solange du nicht drüber schmunzelst. Dass du anfängst, dich an den ganzen Filddallen zu erfreuen, mit jedem Kreuzchen, wo wir immer wieder Kreuzchen machen, zack, 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 schwätzer, schwätzer, schwätzer. Und dann wirst du auch merken, dass das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, auch ein Schwätzer ist. Wenn der Udo auf den Klo geht und zieht Zeitstufen und sagt, was hat meine Maus da wieder für eine scheiße Kote. Ich schmunzle dann, weil ich weiß, die hat gar nichts Kote. Und ich denke, ich schiebe hier den schwarzen Peter zu. Das kommt doch aus mir. Weißt du, ich denke mir an einen Aus, der an Scheiß denkt und werfe den, den ich mir ausdenke, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Erinnert euch einmal, mein altes Günter Wehmeyer, Sigmund, altes, 2001 oder was in Heimänner. Wir denken uns jetzt an Günter Wehmeyer aus, der schaut heimlich Bonhohefte aus. Seine Sekret. Kennst du dieses Spiel, das sich aufbaut? Was denkt die Sekret sich? Die Sekret, die du dir jetzt ausdenkst, was sich das denkt, was du denkst, dass die denkt. Das ist jeder, den du dir denkst. Und jetzt sind natürlich viele, denkst du dir aus, wo du dir denkst, Mensch, wissen die ja auch. Dann wird der, den du dir ausdenkst, viel wissen, was du nicht weißt. Das Problem ist nicht der Geist, der es sich ausdenkt, sondern der, der du zu sein glaubst. Du denkst dich als ein Deppen und du denkst dir an anderen, der viel weiß. Ist jetzt nicht doof, wenn du dir an Udo ausdenkst, der viel weiß und an Klaus ausdenkst, der nicht weiß. Ich erkläre dir, du bist der, der sich zwei Deppen ausdenkt. Das ist ja Polarität. Ja, ja, ja. Du denkst das auch. Ja, das ist das, wo ich dir hinführe. Du wirst doch, wie oft ich sage, ich bin doch nicht umgehend am Traum aufgedacht, um dir zu erklären, wie toll ein Gedanke von dir ist. Ich versuche dir zu erklären, was du bist. Mach einmal, wenn du jetzt glaubst, die Diana zu sein. Was weißt du im großen Ganzen? Es ist wirklich eine Reduzierung auf einen Kugelschreiber, der mit einem Hauch von Eigenbewusstsein einfach nur bach verstaunt ist, was in alles einfällt. Was letztendlich dein höheres Ich dir selber einfallen lässt. Ich bin doch du. Ich fange irgendwann einmal an, nur noch einem zu vertrauen, nämlich dein höheren Bewusstsein, das du in dir trägst. Und der normale Mensch, den du dir bisher ausgedacht hast, der in deiner Traumwelt in Erscheinung getrieben ist, der ist in seiner Erbärmlichkeit nur damit beschäftigt, von einem zum anderen zu rennen, um gesagt bekommen zu wollen, was er tun soll, was er glauben soll. Und jetzt kommt natürlich das Problem, dass ihm jeder in seinem Traum was anderes erzählt. Und da seine einseitige Logik wird jetzt total zerrissen, weil wir ja nicht an das Falsche glauben. Die ganzen Meinungslösungen, denken wir uns doch jetzt einmal Bild-Zeitung aus, die Leserbriefe, irgendeine andere Zeitung. Dass diese ganzen Leserbriefe über Themen, die sie ja nur aus der Zeitung kennen, dass das so nichtssagend ist. Die Meinungsumfragen sind so unendlich nichtssagend. Ich habe da auch genügend Beispiele. Das heißt, würdest du die Zeitung oder den Fachbereich nicht lesen, wäre er in dir gar nicht da. Ich sage immer wieder, wenn du eine heile Welt willst, dann versteck dich, geh auf irgendeiner Insel und schau keine Zeitung und kein Fernseher an und dann wirst du feststellen, dass deine Welt ganz anders wird. Irgendwann wird einmal das, was du noch mitnimmst verblassen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will eine vollkommen neue Welt erleben. Das ist immer so zwischendig. Wir gehen raus aus dieser Welt des Zwangs, des Müssens in eine Welt von Franken und Freien. Dann muss dir klar sein, du musst umziehen, du musst umziehen von der einen Welt in die andere. Problematisch ist, dass du irgendwie dann doch nicht rechtlos loslässt, dass du so viele Trümmer mitnimmst und hier in die Wohnung wieder von dem alten Scheiß mitnimmst. Passiert wieder genau. Stimmt aber. Weil hier so viel Scheiß mitgenommen wird. Ja. Du kommst nackt und du musst vollkommen, meine Welt musst du vollkommen nackt, du kannst nichts mitnehmen. Stimmt exakt. Ja. Das ist wieder eine Erkenntnis. Aber man geht immer mehr damit um. Stimmt aus gleich. Und das Arrest. Ich selber muss ja gar nichts tun. Ich lasse es einfach passieren. Ich habe mir meine Popcorns rein und schaue mir den Film an. Ja. 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 Ich schaue mir einfach den Film an. Wenn du dich einmal gelöst hast, ich schaue mir einfach an, was der Brötluder macht. Wie es denn geht. Und das wird ja so gleichgültig. Das ist hier immer wieder, auch wenn ihr meinen mit Wehwehchen oder irgendwie. Du löst dich komplett. Das ist wie andere. Das ist unser Beispiel. Ob er jetzt schmerzen hat oder der schmerzen hat. Das ist solange du glaubst, du bist der. Aus der Perspektive spürst du jetzt was. Denkst du dir aus. Das denkst du dir auch aus. Wenn du der bist, dann kannst du nur im Baden standen, wenn wir zwei jetzt das spüren, was sie glaubt, was wir spüren. Aber das ist doch so echt. Ich sage ja, wie soll es denn sonst sein? Das einmal fragt jetzt erst, wie definierst du echt? Real? Wie definierst du real? Sind dich wahrgenommen? Bezweifeln wird doch kommen. Bezweifeln niemals das Erscheinungsphänomen Materie mit allem, was dazugehört. Das ist die Schwierigkeit, die du loslassen musst, dass wenn in dir eine Materie in Erscheinung tritt. Dass ich jetzt zum Beispiel die Helga Rheinland und eine Dasse raushalte. Wo war die vorher? Die war doch die ganze Zeit vor deinen Augen standen. Ich habe sie nicht gesehen. Habe ich gerade zum Wetter nicht gesagt, wenn du mit dem Auto fährst, 500 Kilometer, ist da die ganze Zeit ein Lenkrad und eine Windschutzscheibe da. Das ist deine materialistische Logik. Sag dir, dass so viel da außen ist. Und ich sage jetzt nochmal, Leute. Bei allem eins und der, der ich bin, solange du dich nicht zumindest bemühst, das zweite Gebot zu halten, wirst du dich selber abwatschen bis zum Es geht nicht mehr und glaub ja nicht, dass dich Geist irgendeinen Tod erlösen wird. Ewiges Himmelreich oder ewige Hölle. Du Geist bist ewig. Und du wirst so lange dich einprügeln, bis du das verstanden hast. Und was Gedanken von dir sind, die sind nicht ewig, die sind, wenn du sie denkst, das gilt für alle Trockennasen auf dem, die du dir ausdenkst. Die kannst du mühselig versuchen, bei meinen zu wiederholen, aber die glitschen dir aus den Fingern. Ihr könnt jetzt an eure Tochter denken. Ihr kennt das Beispiel, wo ich sage, wie man die das erste Mal angelegt hat. Wisch und weg. Denk jetzt. Wo glaubst du, wo die ist? Wo wartest du die ganze Zeit? Der ist gut gegangen. Verdammt gut gegangen. Die war bei mir. Das sind Interpretationen. Und ich muss jetzt in keinster Weise immer die Rolle, die ich spüre. Wir reden von dem, was ein Faktor um ist. Und wir lassen komplett los von den blauen Fakten, von den Vorstellungen, das ist doch hundertprozentig sicher bewiesen. Auch das wiederhole ich tausende und tausende Mal. Und du wirst es noch öfter wiederholen, bis es gecheckt ist. Und oberflächlich ändert sich nichts. Da kommt immer wieder dieses, wenn du Zweifel hast, diese Gedanken, Zukunftsängste, ich brauche doch, das ist so fest drinnen und das muss einmal durchschaut sein, von was lebst du denn dann durch? Du musst jetzt dann sagen von mir selber, wenn das wieder dein Ego fragt. Und was macht meine Probleme? Meine eigene Vorstellung. Und was ist die Ursache meiner Vorstellung? Mein Glaube. Das heißt, mein Glaube ist die Quelle all der Probleme. Mein Glaube ist definitiv mein Intellekt. Und da kann ich mich nicht wegmeditieren, in die Stille meditieren, all das ganze Zeug. Und wenn ich dann sterbe, habe ich es geschafft. Ich habe auch keine Angst vor dem Sterben. Bloß weh darf es nicht tun. Das sind lauter so Sätze. Ja, das sind normale Menschen, das sind Aussagen. Das ist hier die Kampf, die Medizin, die Schulmedizin. Es sind Krankheiten erfüllen. Ihr kriegt doch so viel, wenn du jetzt in die Welt schaust, die Pharmaindustrie, und ich postuliere jetzt keine Feindbilder, sondern Metaphern, wo du dir eigene Gedanken darüber machen musst. Das hat sich doch so verselbstständigt, dass diese Gier nach Geld, nach Einsparung, und man muss immer wieder neue Krankheiten sich ausdenken. Den habe ich vor 15 Jahren schon gesehen. Und das wächst und das ufert sich aus bis zum, es geht nicht mehr. Mein altes Supermarktbeispiel, das über Ärzte, das wird ja immer krasser. Das Sellenheim, selbstständig machen, Geld, es geht um Geld. Das ist, wenn du wirklich einmal den Fokus drauflegst, egal was die sprechen, egal, es ist im Hintergrund in Medien überall Geld, ob die jetzt Verschwörungstheorien und all die plappern nach, ob ich einen Physikprofessor oder einen Verschwörungstheorien nicht einmal plappern, es bleiben dieselben geistlosen, simpel, tiefgläubige Materialisten. Das, was überhaupt nie in Frage gestellt wird, ist dieses momentane, grundlegende Betriebssystem, diese Kugel, die sich um die Sonne herumdreht, mit all dem, was dazugehört, in der tiefsten Ebene, was du als Glauben in dir trägst. Und das wird sich so lange wiederholen, bis du das irgendwann nochmal checkst, das ist, weil ich so glaube und jetzt so einfach, wenn ich hier jetzt den Glauben denke, den man angeblich, die Menschen, die ich mir jetzt vor 600 Jahren denke, immer jetzt, die hatten einen anderen Glauben, das tauscht sich aus. Jetzt kriege ich einen neuen Angebot. Was jetzt aber ist, der Glaube ist ein riesen Unterschied. Die Verbesserung von der Scheibe zu Kugel heißt, ich habe die Scheibenweltvorstellung ad acta gelegt und jetzt habe ich die Kugelwelt, das ist dieses Bessermachen, es ist eine neue Einzeitigkeit. Aber jetzt kommt mit Holofeeling gelten beide, sind beide, das ist etwas vollkommen Neues, das ist ein Übersystem. Das ist so, wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal verstehen. Und wenn du keiner bist, dann kannst du jetzt die Worte, die Stimme gar nicht hören. Das heißt, die Fragen stellen sich überhaupt nicht für Nicht-Geist. Das heißt, eins kann dir sicher sein, du Geister, du jetzt das hörst in Form von Informationen, du bist hundertprozentig sicher Geist. Und alles, was du dir ausdenkst, bis hin die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, den Udo, den du dir ausdenkst, das ist eine vergängliche Erscheinung, die jetzt in dir auftaucht. Du warst schon, bevor du das gedacht hast, und du bist auch noch da, wenn du an etwas anders denkst. Das war jetzt das ganze Holofeeling ohne Überdaufe. Jetzt schau ich aus. Aber dann nimmt es keiner für voll. Das ist wieder das Einfache und das extrem Komplizierte, gehört unbremdbar zusammen. Nein, weil wenn ich es einfach sage, das sieht keiner für voll. Ich betone, stimmt, das wird jetzt ein Artikel. Wenn es kompliziert, dann jammert sich das, das verstehe ich nicht. Dann beschäftigt sich das mit dem Komplizierten und dann, wenn du einigermaßen nicht in die Komplexität reingedacht hast, zu erkennen, dass es besser ist, wenn du das ganz einfach machst. Ich hoffe, es ist kompliziert. Das, was du siehst, ist deine Information. Und wenn du siehst, nicht. Das, was ist jetzt in mir drin, dass ich glaube, dass das, was ich nicht denke, da außen trotzdem ist. Es ist das in mir drin, dass ich nicht das zweite Gebot halten will. Und dann kommt das dritte Gebot, dass ich anfange, die Worte zu entheiligen, an mich an dieser Vielheit eines Wortes zu erfreuen, denke jetzt an nacheinander. Aber dann muss ich das Werkzeug haben. Und das ist das reine Holofeeling nochmal. Diese 27 Zeichen in Rot und Blau, wenn man da noch ein bisschen damit spielt, das erweitert, wenn man das noch erweitert. Was du merken, das, sagst du mal hier, da muss ich kein Fremdwetterbuch haben, dass eigentlich die Worte alle selbsterklärend sind auf der ersten Ebene. Ja, ich mache das jetzt auch so. Ich zeige, wir machen aber ein ganz kleines Spiel. Wir machen jetzt einfach so gut. Ich mische mich jetzt nochmal nicht ein, das ist jetzt auch keine Prüfung. Wir machen ein bisschen weiter. Ja. Schatz, was wir jetzt machen? Lass uns nochmal ein wenig spielen. Was sagt ihr jetzt? Ich helfe euch dazu. Mach einmal, was würdest du jetzt draus machen, wenn du das aufwecherst? Ja. Und das ist keine Prüfung. Sag einfach, erklär einfach. Also Min würde ich schon mal denken. So. Jetzt das E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Das ist klar, da hast du jetzt die Radixen, das sind aber Radixen, die du nicht drin hast. Das ist das erste Mal, sagst du hier, blau, das ist ja blau geschrieben. M ist Gestaltwertung, E ist Intellekt. Und N ist Existenz, Existieren, da kannst du spielen. Existenz, Existieren. Wenn wir es nur einmal blau machen, dann hast du gestalt gewordene intellektuelle Existenz. Das ist etwas, was du dir ausdenkst. Richtig. Würdest du jetzt das I als Fokal rausschmeißen aus der Gestalt gewordene Existenz? Ja. Dann siehst du schon mal, jetzt für dich die Gestalt gewordene Existenz, wenn du in Wörterbüchern nachst, das ist Manna. Das Manna in der Bibel ist nur MN. Ja. Vor was sollen wir leben? Ja, von Manna. Sagen diese kleinen Geister in der Wüste, ja, Medaba vom Wort. Die Wüste heißt ja Medaba, M-Daba heißt auch vom Wort. Vor was sollen wir leben? Und dann sage ich als Mose, ihr kriegt jeden Morgen, wenn ihr wach wird, morgen. Mit dem Wach werden wirst du zu einer Gestalt gewordene Existenz, weil du denken kannst und denken anfängst. Davon lebst du. Weil wenn du nicht mehr denkst, bist du nicht. Es ist so. Merkst du jetzt? Zwei Buchstaben schon. Habe ich euch so auf der Zeit? Ja, es ist so. Drum sollst du ja bloß das sammeln, was du heute essen kannst. Ja. Weil wenn du mehr sammelst, weil du meinst, du brauchst für morgen was Verbestes, kommen die Zukunftszeugen. Morgen gibt es doch gar nicht. Okay? Das ist MN, drum ist die Radix MN. Das Manna heißt auch das Himmelsbrot. Jetzt haben wir das Himmelsbrot. Hayom von Gott ist B. Rot ist der Adam. Du wirst du Geist, der du nichts wirst, wirst jetzt in deinem Traum zu deinem eigenen Adam. Ja. Du wirst zum Denker, dem wir uns ausdenken, der sich seine Frau anschaut. Ja. Weil das klappt. Okay? Das ist jetzt, du merkst, wir hängen jetzt hier schon rum, wir sind nur im blauen Bereich. Darum hast du die Grundrate, die gesehen ist, wo du dann siehst, hast du natürlich auch Dahlen. Wir haben ein halbes Jahr lang recherchiert und wir haben festgestellt, das ist ein Fass ohne Boden. Man kann wieder analysieren, wie viel das genau ist und wer und wo, wer der Schuldner ist. Es verläuft sich, sobald du dir die Sachen anschaust, das ist wie wenn du eine Nebelwand vor dir hast, die ganz klar ersichtlich ist, hier ist eine weiße Wand. Und sobald wir das an der Suche und drauf zulaufen, sobald du hinkommst, wirst du dich das im Witz. Das ist, was du, du hast jetzt den in einem Ministerium, das ist ja das Verrückte, der arbeitet mit Zahlen, die von der Leyen arbeitet, der hört was aus dem Computer und gibt es weiter und glaubt das, was in ihm auftaucht, ist eine Wirklichkeit, die unabhängig von ihm existiert. Wer hat die Arbeitslosenzahlen? Und jetzt wissen wir alle, wie viel Arbeitslosen kann ich im Computer nachschauen. Aber du wirst kein Empfinden, der die wirklich gezählt hat, weil jeder gibt Zahlen weiter, die in ihm aufgetaucht sind. Jeder gibt Wissen weiter, dass in ihm aufgetaucht ist, was er vom Hören sagen kennt, mit dem festen Glauben, das ist eine Wirklichkeit, die unabhängig von mir existiert. Es löst sich alles, es ist ein Wahn und das ist natürlich immer wieder, wenn ich jetzt sage, ich schneide jetzt dir den Magen auf, dann komme ich da an die Rippen, das muss so sein, weil in deinem Glauben ist dieses Konstruktprogramm. Hältest du aber einen anderen Glauben? Und jetzt ist, du kannst nur deinen Glauben analysieren und sobald irgendeiner auftaucht mit einem anderen Glauben, ist es sowieso ein Spinne und ein stochastisches Denken, wenn du das jetzt nachvollziehst mit den Glauben, das gibt es sowieso nicht, wirst du auch nichts finden. Mein Grandener Wasser Beispiel. Und wenn du es glaubst, hast du ganz eigenartige Phänomene, darum sage ich, es funktioniert, Glauben verändert die Welt. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist so wie du sie dir ausdenkst, im Guten wie im Bösen, was aber letztendlich ist, was ist immer und was sind ständig wechselnde Erscheinungen und wo tritt es in Erscheinung? Und wer schaut sich das an? Das ist alles. Ja, was soll man dann? Jetzt sitzt man da weggestellt und nicht abkommt, was machen wir dann? Wir können uns den Film heute anschauen. Und jetzt ist eigentlich, dass das auseinanderblatzt. Ja, was für einen Film schaue ich jetzt auch nicht. Ich schaue jetzt einen Film an. Und vom Klaus-Film an ist hier der Elisabeth Film, dieser kommt ja gar nicht an den Film. Jetzt ist die Frage, ist jetzt der Klaus immer oder die Elisabeth immer? Ich sage, weder noch. Weder der Klaus noch die Elisabeth sind immer, sondern der, der sich die beiden ausdenkt. Und wenn ich an Klaus nicht denke und an die Elisabeth nicht denke, sind die ja nicht. Jetzt kann ich als dieser Geist schauen, wer glaube ich jetzt zu sein? Jetzt kannst du sagen, ich, ich bin zurzeit Elisabeth. Nein, ich bin zurzeit der Klaus. Du bist schon wieder in der Vergessenheit, weil du schon wieder was Bestimmtes sein willst und als andere nicht bei uns. Es wird irgendwann, es löst sich umso mehr, du dir eigentlich Gedanken machst, löst sich das auch? Oberflächlich betrachtet sage ich, bleibt das erst einmal gleich. Also schauen wir uns den Film weiter an. Und dann wirst du so deine Möglichkeiten kriegen und wenn du was machst, frag dich, warum du das machst. Du könntest dich immer wieder in einen Hintergrund machen, wenn du Freude machen willst, alle Updates oder das, was in euch auftaucht von dem UB, wenn es einer kriegt. Das ist das einzige und allein, weil er versucht, die Erfindung der Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ich denke mir jetzt, manchmal gelingt es mir. Wenn du was aufdachst. Mach mit schön. Und das ist die einzige, das sollte die Motivation sein. Und wenn du lieber dich fokussierst auf Angst, auf BAM, man nennt die Panikmache, das ist nicht mächtig. Was du dir bis jetzt als mächtig ausgedacht hast, nichts, was du dir denken könntest, ist mächtiger wie du. Machst, hast du dann, wenn du nichts mehr etwas machen. Und wenn du wirklich schauen kannst, was du merken, wie sich das verwandelt, auch wenn du das loslassen denkst. Dass du immer dran denkst, dir kann nichts weggenommen werden, du bist es oder du hast es. Du bist, was du bist, ist eins mit dir, ist kein Unterschied, kannst du den wahrnehmen oder du hast es. Und was ich zu Helga gerade gesagt habe, es ist, da du deine Wellen anschaust, das sind ja deine Definitionen, die du dazu machst. Es gibt nichts, was du dir ausdenken könntest, das dich vernichten könnte. Welche Welle kann das mehr vernichten? Und es gibt aber nichts, was dich heiler machen kann, als das, was du schon immer bist. Dieser Unterschied, das ist eine vollkommen neue Definition. Und dann wird dir hier das Ganze was Gefährliches und Soja ist giftig und Wecksilber und da haben wir so viel drüber geredet. Schon mit materialistischer Logik, wenn man sich selber Gedanken macht. Hast du gerade zugehört mit Wecksilber noch? Wo ich sage, wenn du jetzt in deine Geschichtsbücher gehst, wir spannen unser Zeitfenster auf, Medizingeschichte, dann wirst du nachlesen bis Anfang des 19. Jahrhunderts. 1905 war Einstein mit der Relativitätstheorie, 1908 die Quantenmechanik, Schrödingers Katze. Bis Anfang des 1900 Jahrhunderts, 500 Jahre ab, 1300 bis Anfang des 400, 500, 600 Jahre lang, war Wecksilber absolut ein Heilmittel für Hautkrankheiten, wurde in jeder Apotheke verkauft als Heilmittel. Wenn das doch so tödlich giftig ist, dann frage ich dich, haben die das die 400 Jahre davor nicht gemerkt, wenn man das dann hinschmiert, dass das gefährlich ist? Wenn man jetzt zeitlich denkt, haben die das 400 Jahre lang nicht gemerkt? Die schmieren sich 400 Jahre lang das Zeug auf die Haut und reden sich ein, man wird gesund davon, ob sich, ich muss doch in der Logik von denen das so funktioniert haben. Und jetzt haben wir die Quecksilberdampflampen und da liest du so, die darfst du nicht wegwerfen, wenn die zerspringt, um Himmels Willen, sofort aus dem Raum raus und lüften, das ist hochgiftig und nicht auf dem Hausmittel, das muss im Sondermittel entsorgt werden, weil wenn das nämlich auf dem Hausmittel kommt und das zerspringt, kommt das Quecksilber ja in die Erde und vergiftet die Erde. Und ich sage jetzt immer, Quecksilber rein jetzt, normale Physik, Schulwissenschaft ist ein natürliches Element, das sich genauso in der Erde befindet, ist keine Legierung, Stahl ist eine Legierung. Stahl wird von Menschen gemacht, in dem verschiedene natürliche Sachen zusammengebracht werden, aber Eisen ist ein natürliches, ist natürlich Dreck, muss man dann rein machen, rein hast nur, ist es Eisen, wie es in der Erde ist und es Quecksilber ist, ist Quecksilber, wie es in der Erde ist. Und es wird jetzt aus der Erde herausgeholt, gereinigt, in die Lampe reingedahmt, wir schmeißen es auf dem Hausmittel, es zerspringt und es geht genau dahin, wo wir es rausgült haben, der Kreislauf ist geschlossen. Wie doof musst du sein, wenn du dir vor irgendwelchen geistlosen Professoren und Weltverbesserern einreden lässt, die übrigens alle nur geistlos rezitieren, was sie vom Hören sagen können. Dass das die Erde vergiftet. Jetzt fängst du an selber zu denken und jetzt merkst du, der Einzige, der dich ein Leben lang selbst verarscht hat, bist du selber. Und das Irre ist deine Glaubenssense, weil bis in dein physisches Empfinden wird es komplett hineinprogrammiert. Geh mal in das Gefühl von Egel, wo ich gerade gesagt habe. Das ist Schönheit, wenn einer so schön ist und EDPD ist, merkst du eigentlich deine Schönheit, wie oberflächlich du das betrachtest. Und was natürlich noch so interessanter ist, wenn wir jetzt in der Bufelge gehen von Schönheitsidealen, dass das rein programabhängig, schwankenabhängig ist, was du schön empfindest. Suchst du dir überhaupt nicht raus? Das heißt, den Glauben, den du hast, ist nicht dein Glaube. Ihr wisst, so geht Holophiling los. Und jetzt fangen wir an, diesen Glauben, den man ein Leben lang vertreten hat, einmal zu zerleben, ob der besonders geistreich ist. Es ist so geistloses Geschwätz. Und deine ganzen Vorbilder, die du dir ausdenkst, die ja so gescheit sind, das werden immer mehr geil sagen. Schau dir ein paar Läsch-Videos an in Astrophysik und du merkst. Dir wird immer mehr bewusst, wie der wirklich nur eins zu eins rezitiert, was gelehrt, was er nachklappert. Aber warst nicht du derjenige, der das verwirklicht hat? Ach, du Heuch, ich komme in Almen, da habe ich ein Zeitungsbild, ich habe ein Zeitungsbild, ich habe ein Foto in einer Wissenschaftszeitung, die neuesten Satelliten. Es ist ja immer die Satelliten, die Blitzwarner, wo man geschaut, laufen gehabt hier. Das ist, wenn du jetzt Internet gehst, da gibt es halt so hier Flugradar, kennst du das Flugradar? Also pass auf, wir gehen jetzt ins Internet, ganz normal, wenn wir einen Internetanschluss haben, das Flugradar, dann hast du Karte, Google, kannst du zoomen auf der ganzen Welt, wir bleiben mal über Deutschland, dann hast du lauwe kleine Flugzeuge. Also unheimlich voll, jetzt zoomen Sie mal hier speziell über Weißenburg-Franken. Frankfurt, natürlich ganz krass, hast du die Flugzeuge und du siehst, die bewegen sich so langsam. Und dann kannst du jedes einzelne Flugzeug anklicken und dann zeichnet dir sofort Flugnummer, Flugabflughafen, Ankunftflughafen, wo ist Flug, das was du im Flugzeug siehst, auf dem Monitor hast du. Du kannst sogar, wenn du Google geladen hast, kannst du dann ins Cockpit dich reinsetzen und dann wird mit Googles, schaust du außen, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, es funktioniert, ich schaue auf den Balkon und sehe da ein Wölmchen. Was meine Wölmchen? Und dann Flugradar, sehe ich sofort hier über Weißenburg, hier aus Richtung Frankfurt kommen, dann fliege ich, ich klicke den an, Flugnummer ist von Frankfurt Richtung Istanbul. Flugnummer sowieso und wenn ich mich jetzt in den Flieger reinsetze, dann sehe ich aus der Perspektive unten die Karte, die Google-Karte, da kommt jetzt Weißenburg, stimmt. Mit allen Fliegern auf der Welt. Und wieso ist es, weil da ein Zentralkomputer ist, der alle Daten hat, jetzt machen wir weiter. Flugradar weg, Schippradar, das ist ja noch viel geiler, jetzt dieselbe Karte und dann hast du unheimlich Schiffchen. Du kannst jedes Schiff, vor Panama ist die Hölle los, du kannst alle, so, pass auf, du kannst jedes, wie bei der Flugzeuge, jedes Schiff anklicken, sofort ein Bild von dem Schiff, Bruderladung, Bruderregister dann unterwegs, von nach, es ist so irre, von nach, Bilder mit den Daten von dem Schiff. Und dann hast du noch die ganzen, momentan aktuell, letzte Standortposition wurde vor drei Minuten durchgegeben. Bei GPS, alle Schiffe, alle großen Schiffe auf der Welt, senden über GPS in diesen Zentralkomputer, wo sie zur Zeit sind. Aber pass auf, dann schaue ich, mache ich jetzt schön für mich, dann schaue ich, muss ja gehen, Rhein-Main-Donau-Kanal, also ich so, die haben sich offensichtlich, ist doch nicht vollkommen an Rhein-Main-Donau-Kanal, da muss natürlich was sein, weil überhaupt kein Schiff. Jetzt sind wieder Schiffe, ich schaue abends im Fernseher ein, Rhein-Main-Donau-Kanal, seit drei Monaten gescheit, gesperrt war die ganzen Schleusen saniert worden. Jetzt illusioniert dir das natürlich, dass da außen eine Welt ist und du erklärst dir, wenn du die neuen GPS hast, die auf einem Meter, dann habe ich hier in Oberhochstadt, bin ja in Oberhochstadt in die Schule gegangen, groß bei uns in der Zeitung, Versuchsunternehmen mit der Landwirtschaftsschule in Triesdorf, ist ja eine Landwirtschaftsuniversität, Auskopplung, ist jetzt ein Bauer, wird mitfinanziert, der hat jetzt die ersten computergesteuerten Traktoren, GPS gesteuert, sagt, bei GPS, bei Auto reicht das ja zwei, drei Meter locker aus, aber was die jetzt machen, Zeitersparnis und beim Aussehen, dass die Traktoren, der muss sich nicht mehr draufsetzen, die GPS-Sensoren, die da eingebaut sind, arbeiten auf fünf Zentimeter genau und die steuern jetzt, dass die Furchen, dass kein Land verborgen geht, der hat jetzt den ersten Traktor GPS gesteuert, wenn der aussieht, muss keiner mehr drin sitzen, dass der ganz exakt auf Zentimeter genau die Furchen zieht, weil wenn der Bauer kommt, dann noch ein bisschen. Und was ist es? Pass auf, Zeitung, Worte, zack und ausdenken. Und das Ganze, weil hier oben ein Haufen Satelliten rumkreisen und der Zeitversatz von den Wellen durch die Winkelberechnungen wird auf einen Zentimeter genau, wo dieses, wo der, das ist zwar logisch, aber irgendwann einmal, und ich kann dann immer wieder sagen, wenn du jetzt aus der Praxis kommst, du kannst alles verwölkern, wenn du es glaubst.